halli hallo meine lieben und herzlich willkommen zurück zur konzel ja der papst ist der papst nicht der papst der piagy ist ja tot jetzt vermuten sie ja alle dass der volner ihn umgebracht da war ich doch schon wieder andersrum gelatscht ja dass der ihn umgebracht hat weil er ihm ja auch gedroht hatte ich habe keine ahnung ich war nie dabei ich habe ihn nur gefunden und ja wir müssen ja bei uns nicht rein johann von wolner den finden wir gerade nicht da sind ja mortimer und toben auf der spur duk manuel godoy manuel manuel godoy da muss ich eh rein das passt perfekt piagy fällt ja weg von der liste i am surprised you there speak to me come now my lord i hope so gregory will make you sorry for betraying in politics one must know how to play the ball on the bounce this might be hard for you to believe but things have changed what are you imply im schmeicheln ja schmeicheln ist immer gut well it would indeed be an honor if you'd allow me a moment to persuade you in turn a powerful man like yourself can i reach a stop playing your little games with me flattery will get you nowhere i just wanted to be agreeable to me i suppose ah well i am not impressed no really is that all you have right let us save time and stop the charade louis in old friendship i must say this conference has allowed you to learn from the very best but you are going too fast in my opinion damn it's no good i haven't persuaded him you ought to grant me one more minute that's enough louis i have already stretched the gregory's recommendations by granting you these few minutes enough is enough i bid you good luck i bid you good evening and may the best man win yes we shall see well played louis at this rate louisian is likely remain spanish forever aber ich hab doch keine möglichkeiten so wirklich der redet gar nicht mehr mit mir arschloch haben wir noch irgendwas was ich vielleicht mitnehmen könnte nö ich hab ja auch alles aufgebraucht ich hab nicht gut gearbeitet das sieht gut aus ja wo ist denn der wo könnte der denn sein ich glaube mal hier rum na dann ist okay hier auch nicht da kann ich nicht rein oh here comes von volner with home of course the scoundrel wastes no time louis what are you doing here i promised you i would take care of mr von volner everything's under control don't worry let me speak to him now now i told you i will take care of johann person believe me even though it pains me he will pay the price now we're waiting for duke manuel so would you leave us please very well but you'd better keep your words sir that is certainly my intention ach der hat unsere gedanken gelesen ja und nun und gehe ich halt wieder hoch okay was soll ich denn jetzt machen da kann ich nie rein ist er noch da ist er abgehauen oder nicht ich hab ein buch gefunden ich hab ein Buch gefunden Ich glaube, das haben wir schon alles durch. Ja, aber was soll ich denn jetzt tun? Ich kann jetzt hier die ganze Zeit rumlatschen oder ich... Ja, ich muss zum Büro gehen vor Mortimer. Vielleicht... Oh, hier ist noch ein Buch. Jetzt finde ich ja die ganzen Bücher hier, ne? Gefährliche Liebschaften. Ja, das passt ja. Ich sage nur Emma. So, go and take care of your mission and come back and see me once you've accomplished it, Louis. Oi, mei. Ich könnte mich vielleicht von hinten anschleichen. Es gibt doch noch einen anderen Weg dahin. Ähm... Wow, wie komme ich da jetzt hier, glaube ich? Genau. Ich könnte mich von hier reinschleichen und vielleicht etwas belauschen. Genau. Genau. No. He'll only seek a toy. But what on earth does he want from him? He'll only seek a toy. But what on earth does he want from him? Ja, aber was soll ich denn jetzt tun? Jetzt kann ich mich noch nicht mal da reinschleichen. Jetzt kann ich lediglich nur warten, oder was? Ich versteh's nicht. Ich kann ja noch nicht mal irgendwie hier so durchgucken. Oh, guck mal. Ah, Francois Premier. Amber. A fragment of Amber. Haben wir noch was? Guck mal hier, was man hier alles findet. Ey, ist ja unglaublich. Perfekt. Ich weiß nicht, was ich jetzt... Bringen sie dazu, Lord Mortimer zu stimmen. John von Wollner. Ja, aber der redet ja nicht mit mir, der gute Mann. Das ist ja jetzt gerade so mein Dilemma, ne? Weiß nicht, was ich tun soll. Könnt ihr jetzt höchstens so weiter nach unten latschen? Ja, oder warten? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, bei wem ich jetzt hier gerade rein bin. Ach, Washington. Da nicht. Kann ich... Da kann ich auch nicht mehr rein. Kann ich da rein? Da kann ich rein. Aber da wird sich wahrscheinlich nichts finden lassen. Nö. Nö. Duke Manuel Godoy. Yes, Miss. Is there something you wanted to add? Concentrate. I need you to listen carefully to what I have to say, Godoy. I am all ears. Hey, push. I need you to do me a little favor. It's working. That's it, Louis. Get it in his head. Oh, dear. What is happening to me? I do not feel very well. I need your help, sir. Get in his head. Ah, perfect. Thank you, monsieur. I'm sure I'll know how to take full advantage of your vessel. Now that I am Manuel. Oh, my God. Kann ich jetzt spionieren gehen? Interessant. I don't understand what came over you, Yaya. It's inexcusable. I thought I was doing the right thing. Helping you to... Helping me? Are you joking? You can no longer stay here. What? Why not? If you stay here, you are as good as dead. Even I cannot protect you for long. But, father, no. You don't know, William. You're going to leave the island immediately. There's no other choice. I couldn't have known. If I had even guessed. It's too late. Make haste. Don't say goodbye to anyone. You will probably never see them again anyway. I'll apologize to them on your behalf. So? So I have to go? I'll meet you in Berlin. Hurry now. Are you leaving, sir? Yes. Well, I find myself... Johann! Duke Manuel! Sir Gregory, Mr. von Volner is leaving? Indeed. Alas, some business that simply can't wait. But don't worry. Our plans haven't changed. We shall easily win the vote. At this rate, there won't be anyone left to vote. I trust you completely. Good. I mustn't lose too much time. I'll see you later, my lord Duke. Have a nice rest. Bericht. Ähm. Ich glaube, ich muss... Ich glaube, hier lang, ne? Glaube ich. Wenn man hier so lang geht, fragt man sich eigentlich immer, wie groß dieses Gebäude eigentlich ist. So? José可 auch. Oh, j tubing. Okay. Aber ・・・ Naturheide. Die. Du. 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 Lui, da bist du. Also, wie ging es? Ich habe mein Best gemacht. Wer hat du zu versuchten? Präsident Washington wird mit dir zusammengekommen. Ah, ich bin sicher, dass das alles ein Verständnis war. Sehr gut. Listen, Louis. Congratulations for what you've just accomplished. It's not perfect, but it's still quite a feat. But not enough, given that the vote must be approved unanimously. We're going to lose. Don't worry. I couldn't have been any more persuasive myself. You've done the hardest part. I'll take over now. Don't worry. Assemble everyone in the conference room. Meet me there and let's get it over with. My friends, here we are at last, gathered together to close this conference. I would first of all like to thank you all for making the time to be here and lend your services. Gregory, I believe I may speak for both of us when I say that we are honored by your presence here. You, you are perfectly right to do so, William. Thank you for putting your faith in us and for coming here to participate in this conference. Thank you for helping us to make the best decisions. And I especially want to thank you, William, for, for perfectly hosting us at your home during these past several days. I'm not sure all the guests would agree to that. In any case, home doesn't seem to be himself. I would like to add that, unfortunately, Monsieur von Volner has been called away at the last moment and will not be able to participate in the vote. And that is not all. Duchess Hillsborough will also not be voting. The poor woman has suffered a lot of upheaval lately. As she was feeling quite poorly, she apologizes. But she preferred to return to the continent. The Duchess? I hope it's nothing serious. Don't worry, Mr. President. I had someone escort her. The Duchess simply needs rest. And now she is in good hands. And, finally, Cardinal Piaggi has also decided to leave us and will not be able to attend the conference. I must say, Sir Gregory, you are beset by bad luck. Indeed. One would think that I am hounded by your fortune. Good. I think we can begin. You will vote in turn on the question that interests us today. Are you for or against the transfer of ownership of Louisiana from Spain to France? Monsieur de Richet? I will vote for. Duke Manuel? Against. Monsieur Napoleon? For. President Washington? For. The votes are now cast. So you were not won over by my project. Hmm. That hurts. I... I warned you. You did... You didn't want to... Listen to me. Never mind. It will still come to pass. Traitor! W... What have you done? You are... You are obliged... To respect your... Your... Word. That... Is the... The... The rule! The time of conferences is over, dear brother. Let us abandon all this charade. You don't... Have... The... Right! What... Have you done? Done? To me? What have I done? Nothing, Gregory. You did it yourself. You do it yourself. The whol... Was? The.. Der hat den Tee vergiftet gehabt, ich wusste es. Wuh! Wuh! What! What did I Nag? Wuh! Was standing in my grave war? Revenge! Oh, no, my dear Gregory. You will not be taking any revenge. You will die stupidly, alone, enclosed in that rather withered body. Help! Help me! Help! After several centuries of near absolute power, here you find yourself on your hands and knees, hoping in vain that someone is going to help you. Tell me, what does that feel like? Never happened to me. Can't be good. You cannot leave your body. You cannot project yourself elsewhere. You cannot even contact Father. Go ahead. Try. But you are my brother. So I ask you to remember that all this is your own fault. And I want you to understand I get absolutely no pleasure out of it. Well, very little. Swine! A new order is born today, brother. Enough of Father's hegemony. After all these years of servitude, I can finally stand up and oppose it. You chose to serve him whatever his excesses. Now it's up to you to face the consequences of that choice. Whoa. M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M. Oh. Anscheinend nicht. Okay, also. Ähm. Das war jetzt Episode 14. Also es kommen jetzt noch zwei Kapitel. Äh. 15 und 16. Nach 16 ist Schluss. Okay. Äh. Die finale Abstimmung erfolgreich war. Ich habe versucht, die Gäste davon zu überzeugen, Lord Mortimer's Plan zu folgen. Ich konnte, äh, Josh Washington überzeugen. Ich habe versucht, dass, äh, Giuseppe Piaggi vergiftet wurde. Ach. Ich habe herausgefunden. Ich habe enthüllt, dass, äh, Johann von Wollner Giuseppe, äh, Piaggi vergiftet hat. Ohne Erfolg. Ich konnte Manuel Godoy nicht überzeugen. Und ich habe die Abstimmung zugunsten von Sir Gregory gekippt. Ja. Mir fehlen diese Dinger zum Überzeugen. Ich war dazu, ähm, äh, ich war da nicht sparsam mit. Also nicht genug, also nicht sparsam genug damit. Das, es stört mich so ein bisschen. Aber, naja. Alternative Wege gab es nicht. Und ich habe da aber zwei neue Bücher gefunden. Das ist schon mal Perfetto. Und wir können nochmal was machen. Ähm. Ich finde ja... Hmm. 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 Überzeugen recht praktisch. Manipulation. Und, äh, Psychologie. Und die Logik. Komm, machen wir dat. Was? 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 Wir? Was? Was? Dad! Ordnung? Machen wir, ja, ich finde Hohen. Kann ich hier raus? Nee, hier kann ich nicht raus. Okay, ähm. Hier ist ein Bild auf einmal. Oh mein Gott, wo bin ich denn jetzt? Ähm. Ich kann jetzt durch Bild... Was? Durch Bilder? Ach ja, wir sind ja in seinem Geist. Das ist ja okay, ja gut, da steht hier jetzt ja unsere Schein, oder? Aber da muss ich ein Weg sein. Sarah? Ist das du? Louis? Louis, kannst du mich hören? Ich bin hier, Louis. Kannst du mich sehen? Natürlich, aber ich verstehe nicht. Oh, Merciful Heaven. Du kannst mich sehen. Ja, ich... Louis, ich weiß nicht was passiert, aber du musst du mir helfen. Look, just calm down. Ich kann dich nicht sehen, Louis. Ich bin hier, in fronte von dir. Nein, ich kann dich nicht sehen. Wir sind im Äffa. Ihr Geist ist hier, weil sie ein Dämon ist. Wir sind nicht auf der Fall. Ja, wir sind. Ich habe es nicht bewegt. Ich habe es. Ich habe es. Ich wünsche, ich wünsche Sie, aber... Sie sind nicht. Es würde sich das wir... in was sie nennen, der Äther. Der Welt der Spirits... Ich bin sicher, es existiert. Die Schöne, die Schöne, die Schöne, ist komplett verletzend. Was du sehen, ist nicht real. Ich darf nicht versuchen, zu verstehen. Ich... Ich bin ich verletzt? Look... Kein der uns... wissen wir überhaupt nichts über diese Situation, wirklich. Hilfe, Louis. Du bist der erste, der einzige, der mich sehen. Ich bin zu sprechen. Without dich, ich werde nie aus hier raus. Ich bin nicht so, ich bin zu dir. Ich bin auch gefangen, aber der war gut. Pech gehabt. Sie beruhigen. Nö. Ganz ehrlich, die hat unsere Mutter umgebracht. Hat versucht, uns zu benutzen. War eifersüchtig und hat sich ausgegeben, als wäre sie unsere eigene Mutter. Ganz ehrlich, Pech gehabt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, äh, ne? Aber da. Die Herzwelle. Ist das Emma oder Emily? Wer ist es? Das ist Emma. Ist Emily hier? Wieso kann ich das nicht drücken? Äh, ich hab gespielt. Was genau? Mit wem? Mit wem? Mit wem? Ist Emily hier? Tell me, Emma. Ist Emily hier, too? Emily ist immer hier. Aber sie machte mich, sie schützt mich in den Schatten zu machen. Und ich... Ich bin dann scared. Ich will nicht sie in. Ich bin all auf meinem eigenen. Oh man, was kann ich da? Das ist komplett lost. Alles ist okay. Emma, nicht so. Ach, wir könnten ihr helfen oder sie zurücklassen. Hm. Sie hat sich scheiße benommen, aber... Hatte sie Gründe? Hm. Ich helfe ihr. Ich bin hier. Ich bin jetzt. Drei Ihre Tears. Du wirst mich nicht abhauen? Nein. Du wirst mich nicht. Du bist nicht alleine. Danke, Herr. Tell me jetzt. Was hat mit Emily? Wir hatten eine Kampf. Sie war immer noch nicht zu mir, ich glaube. Aber ich möchte mich nicht mehr spielen. Aber ich möchte mich nicht mehr spielen. Sie wissen, warum sie immer immer wieder spielen spielen? The one who wins becomes the princess, and it's never me who wins. But I want to be a princess too. Okay, okay. And you like playing with your sister? Of course, she's my sister. And do you love your sister? Yes, but sometimes she gets on my nerves. But you wouldn't want her not to play with you anymore, would you? Of course not. It would be good if you could both play at being a princess together at the same time, wouldn't it? Together? Yes, each with your own stories. Oh, yes, that would be good. And we would have extraordinary adventures, and we could speak about them together, and I miss her so much. Emma? Is that you? It's all your fault. If your mother hadn't betrayed me, all this would never have happened. Emma, don't be like... Leave me alone, I don't need you. Don't take it like... Leave me. Leave me alone. Tja, dann nicht, Mädel. Du hast eine Fächer gehabt, ey. Dann haut ab. Ich gehe durch das nächste Bild. Aber ich muss jetzt erstmal Schluss machen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.